Guten Morgen, liebe Runa-Fan-Gemeinde. Es ist wirklich sehr früh. Nicht nur ich sehe noch sehr verschlafen aus. Es ist auch der Strand in unserer Urlaubsregion Lanzarote in der Urbanización Matagorda in der Nähe unserer Urlaubsunterkunft Zoll Lanzarote. Das wunderschöne Urlaubshotel mit bester Strandlage befindet sich direkt hinter mir. Die Palmen bilden den Abschluss des Gartens und der Promenade. Und wie ihr sehen könnt, ist es wirklich noch sehr sehr ruhig. Lanzarote besteht ja nun zu einem sehr sehr großen Teil aus Lava und Lava-Asche. Und die Kombination mit den weißen Häusern, der Kontrast zu den Unterkünften, die größtenteils auch alle in weißer Farbe hier errichtet wurden, ist wirklich einmalig und ich war echt überwältigt. Die Insel hat wirklich eine Menge zu bieten und wir haben für Rollstuhlfahrer nicht nur die rollstuhlgerechten Urlaubshotels im Programm. Wir haben auch zahlreiche Ausflüge und Freizeitaktivitäten, die wir ihnen und euch anbieten können. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt zum Frühstück. Es ist wirklich sehr sehr früh. Ich hoffe, dass meine Augen gleich wieder etwas mehr auf sind und etwas geweitet sind. Der Kaffee wird hoffentlich helfen und ja, ich freue mich, wenn wir eure Buchung für Lanzarote entgegennehmen können. Gleich geht es wieder danach zurück zum Flieger und auf ins kalte Deutschland. Alles Gute, bis dann. Bye, bye, ciao.